Herzlich Willkommen zu einer Skywars Runde und ja wir ja wir haben jetzt mal vertreten wir haben was in so vergangsschiebt ja Leute hey ich habe in dir in der Picke ich bin doch alter alter so sozial ich habe auch so ich habe in dir Picke sollte ich das einwenden er hat er nämlich wie ihr es wisst ich weiß nicht auch ob ich es wisst ich bin öfters dabei weil wir das in den Streams sind er hat seinen ich habe vor einiger zeit gesagt dass sein Kanal halt gelöscht wurde von YouTube und dann meinte er dass er eigentlich nicht mehr machen wird oder? ja genau ja und jetzt hat er sich umentschieden er macht es und sie beschreibt äh und das ist guckt in den Videobillern und da hast du den Link öffnen dann kostenlos ja genau also ich sag da mal was zu mir ne also ähm ich bin ja jetzt jonas eigentlich aber scheiß auf YouTube halt letzt jonas und habe ich jetzt halt mega freuen wenn ihr mich irgendwie supporten würdet also durch Abo oder so ich bin auf jeden Fall in der Infobeschreibung ähm ja ja es ist verdient und ja kann dann draufklicken wäre ganz nice ja das war's dann von mir dann ja ich hab sechs Diamanten was soll ich damit machen also ich hab schon ein Diamantschwert hast du ein Diamantschwert eigentlich ja ich hab ja Assassine ja ja hier rein nicht doch ich hab glaub ich aus ich hab doch auch scheiße sorry naja alleine kommt jemand aber die hat ne Lieder ok aus 3 oh ein 1 2 3 oh das war nicht oh scheiße der ist der ist der ist fast per die kommst aber auch schon kaputt für DFS Tops die glaube ich darin ist dass ich habe mit 20.000 20.000 20.000 hier rein auch die der trotz alter sorry ja was ist das ein spieler alter egal was ist das also wie der FBS ob sie Garten ein das ist der Verhältnis des Scheißer Pferd so fast warum wollen wir bekommen oder die Stimme ist so beliebt für die ich kann englisch aber erhältlich erhältlich ausfragen das ist noch von mir seit Reetörner in Französisch Richtig heftig Ich kann das nicht Ja ich auch nicht wie gern Aber generell unser Lehrer überfordert uns total Und generell Brauch er... äh... 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 zeig ich dazu nicht Äh... und die Mathelehrerung auch Aber ich glaub nicht Ich war das nicht Stryker, was? Okay Oh, oh, da kenne ich niemand Alter, ja man, ich glaub ihr kennt mich Hä? Wo geht ihr hin? Weiß ich nicht, ich hab ne Enderperle Ja, hab ich auch Oh, nice man Einfach mal ein bisschen Ich mach jetzt noch Schrift, okay Nein, nein, nein Wohl doch ne IP, ja Ja, ja, ich hab einen Ja? Ja, komm Oder? Schaffst du das? Oh, oh, oh Nein, oh Oh nein, nein, nein Nein, die kommt nicht an, die kommt nicht an Oh, die kommt an Notausgang Notausgang Boah Sag, wenn man kommt, gell Weiß auch Scheiße Scheiße, oh nein Ich hab 3D gemacht Ich hab 3D gemacht Oh Ich bin auch falsch gegangen Oh, Scheiße Ich will aber 3D eigentlich wieder aushaben Erst aktualisieren, wenn du nochmal neu gestartet hast, ne? Warum hat Microsoft keine Rückmeldung? Geh einfach Geh einfach mal, komm nett raus Ja Leute, nach diesem wunderbaren Fail What, what, I fail? Geh noch weg Ender Perle Ah, 3D Infekte Äh, äh, Freugröße Oh, Labyrinth, oh, ja Oh, Labyrinth, oh, ja Ah, deswegen mit der Knacken Runde Ich hab gehört, wir gewinnen jetzt Ja, man, ich hab das Enki irgendwo gelesen Ja, ich glaub, ich glaub, das war irgendwie so in Google Okay Ich hab jetzt Scheiße Wie geht das nochmal? Oh, Asnerhack 8 Soll man sich Kissen schnappen? Ah, los geht's, komm, folg mir Ja Oh, so ist es sich Kissen Wie Es ist ein Glück, wie du es sich noch weg Das lernt ja auch auf meinem Kanal, ne? Ne, ne? Ja, so, ich hab ja Jonas, der macht gute Tipps, auf euch seid ihr kennt, warum? Ja, kommt, geht, kommt, geht, ne? Ich brauche extra eine Treppe vor euch, wahrscheinlich Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Sofort Sofort Oh, bist du? Oh, bist du? Oh, ja Oh, oh Oh, oh Scheiße, was? Was ist denn mit mir? Ja, das ist bisher war nur so eine, eine runterfliegen, okay Was? Was geht hier? Oh, Scheiße, im Bauzug Du könntest nie sehen Könnte ich Hörn 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 Oh, noch nicht Nein 0,7 Rotbox ich hatte es mit der Prüster zu schlicht in der Zeit auf dem Weg ich glaube ich habe die gut dass die Siege ja auch voll abgestockt ich bin Nein, jetzt kommt noch einer! Ach, meine Güte! Nein! Geh doch kacken! Die übertreiben halt! Okay, gut, gehen wir da unten. Emel G. Oh, Schatzgeschäft. Hast du es gesehen? Okay, Rainer, Rainer. Warte, warte, warte. Oh, was ist da los? Oh, das ist der Mannscher, dass... Das ist das nicht drin. Danke. Alles klar. Fiatgele abgestoppt worden. Warte, ne, 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 also, ich kämpfe es mit ihr. Also, so... Also, so... Wieso? 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 Nein! Was machst du da? Das geht so! Es ist ein Fynn. Oh! Es hat sich, zuvor, dass ich einen Gegner bei der Zeit habe. Sie sindkert, dass ich nicht klar in Strategien habe. Oh nein! Ich will meine Kinder, die ich nicht möchte. Ich will meine Kinder, die ich nicht in die Welt will. Ich will die Kinder, die ich nicht in die Welt will. Ich will die Leute, die ich nicht in die Welt will. Ich will die Menschen in die Stimme. ja okay nein erhält sich wahrscheinlich nein er hat es nicht geschafft nur was ein wasser kinder der erst gewonnen ich habe strengen der jahre alle ich weiß es war es für diese runde und denk an geht auch für die joneser kann und ja dann könnt ihr euch angucken wie es kein Notwerk bekommen kann ich habe mir das noch nicht angeguckt und es war ein großer Fehler wie wir hier gesehen haben ich wäre fast 100 gefallen und ja Leute und ja tschüssi ich habe noch aufgenommen ich habe aufgenommen